Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für heiße Schokolade. Eine heiße Schokolade ist leider, dank der Industrie, leicht in Vergessenheit geraten. Die Kunst der Herstellung wird allerdings in einigen Gegenden Europas noch praktiziert, was wohl jeder zu schätzen weiß, der einmal in Barcelona über die Ramblas promenierte und an einem oder mehreren der dortigen zahlreichen Ständen eine Tasse Xoklite erwirbt. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Liter Vollmilch, 100 Gramm dunkle Schokolade, mindestens 70% Kakaoanteil, 3 bis 5 Esslöffel Zucker. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Schneebesen, alternativ Holzlöffel. Zubereitung In einem Topf die in Stücke zerbrochene Schokolade mit Zucker und der Vollmilch geben. Die Milch so lange erhitzen, bis sich die Schokolade vollständig aufgelöst hat, sie sollte keineswegs kochen. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Schlagsahne oder Vanillesahne Diese Varianten gibt es. Alternative Zubereitung Schokolade in einem Boden Wasser erhitzen und komplett verflüssigen lassen und dann erst die Milch zufügen. Sehr gut daran machen sich eine oder zwei geschnittene und getrocknete spanische Pfefferschoten, kein Witz. Spanische Variante Ein wenig in kaltes Wasser oder Milch eingerührtes Mehl dazufügen. Dies macht die fertige heiße Schokolade dicker. Varianten mit Alkoholzugabe Heiße Schokolade mit Arak pro Becher 2cl Arak zufügen Heiße Schokolade mit Baileys pro Becher 5cl Baileys zufügen Heiße Schokolade irisch pro Becher 2cl Whisky und 1-2 Teelöffel Honig unterrühren Russische Schokolade mit Kognak Heiße Schokolade mit Rumkirschen Varianten mit Zugaben ohne Alkohol Heiße Schokolade mit Zimt Eine Zimtstange in der Vollmilch mitkutschen lassen Heiße Schokolade mit Ingwer Frischen Ingwer in die Milch reiben und Mieter hitzen Heiße Schokolade mit Orange Den Abrieb einer Orange ganz zum Schluss unterrühren Siehe auch Weitere leckere Rezepte rund um Schokoladen und Kakao-Getränke Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!